Wir blicken zurück nach Deutschland, denn das Chaos im Thüringer Landtag hat die Debatte über ein AfD-Verbotsverfahren hierzulande neu angeheizt. Jetzt will der Bundestag demnächst über einen Gruppenantrag abstimmen. Darin wird beim Bundesverfassungsgericht ein Parteiverbotsverfahren beantragt gegen die AfD. Dieser Antrag wird nach Informationen unserer Kollegen der Welt von einzelnen Abgeordneten von SPD, CDU, CSU, Grün und Linken zwar unterstützt, allerdings nicht von den gesamten Fraktionen. Er sei seit Monaten vorbereitet und erst kürzlich finalisiert worden, heißt es. Es ist der erste Schritt zum Verbot der AfD. Nach Informationen, die exklusiv Welt vorliegen, hat sich eine Gruppe von Abgeordneten zusammengeschlossen, um beim Bundesverfassungsgericht ein Parteiverbotsverfahren zu beantragen. Die dafür erforderliche Anzahl von 37 Abgeordneten soll weit überschritten sein. Abgeordnete von SPD, Grüne, Linke und der Union unterstützen das Verfahren. Das sind einzelne Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Fraktionen. Die CDU, CSU, Bundestagsfraktion steht einem derartigen Verbotsverfahren eher skeptisch gegenüber. Nicht, weil wir nicht glauben, dass die AfD auch einen verfassungswidrigen Charakter hat. Nur damit sind ja die Wählerinnen und Wähler für diese Partei und das Gedankengut nicht verschwunden. Und deswegen müssen wir die AfD politisch, inhaltlich bekämpfen. Beantragen kann ein solches Verfahren der Bundestag. Entscheiden muss aber das Bundesverfassungsgericht. Die rechtlichen Hürden für ein Parteiverbot sind gewaltig. Grundlage für ein Verbot ist der Artikel 21 im Grundgesetz. Als verfassungswidrig eingestuft werden können Parteien, die aktiv versuchen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bekämpfen. Vorausgesetzt, der Partei wird zugetraut, dass sie die verfassungsfeindlichen Ziele tatsächlich durchsetzen kann. Das Verfahren würde Jahre dauern. Dass am Ende dabei ein richtiges Verbot rauskommt, sehr unwahrscheinlich. Dass die AfD zwar nicht verboten wird, ihr aber die Parteienfinanzierung gestrichen wird, unwahrscheinlich. Die politische Konkurrenz hat Sorge, dass der ganze Vorgang der AfD erst so richtig helfen würde. Eine Erklärung, warum sich keine ganze Fraktion politisch für ein Verbotsverfahren ausspricht, sondern juristische Argumente vorschiebt. Ob man ein Verbotsverfahren einleitet irgendwann, das ist jetzt Aufgabe der Expertinnen und Experten. Das Verfassungsschutz ist beispielsweise, die am Material sichten, die es sammeln. Und wissen Sie, für mich gibt es eine klare Messlatte auch bei der Frage. Wenn diejenigen, die die Experten in diesem Bereich sind, sagen, jetzt haben wir alle Belege dafür, dass die AfD diesen Staat und das Zusammenleben in diesem Land gefährdet, dann müssen wir politisch aktiv werden. Erst zweimal in der Geschichte der Bundesrepublik war ein Verbotsverfahren erfolgreich. 1952 gegen die nationalsozialistische SRP und 1956 gegen die kommunistische KPD. Ein Verbot gegen eine Partei mit Millionen von Wählern, die sogar eine Landtagswahl gewonnen hat, gab es noch nie. Untertitelung des ZDF, 2020